Stell dir einmal vor, du fährst einen Trail und schwebst im Zustand völliger Schwerelosigkeit von Kurve zu Kurve. Du bekommst ein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Du bist im Flow. Ob es solche Trails gibt? Ich habe mich für euch wieder auf die Suche gemacht und bin nach Tschechien gefahren, in den Trailpark Klinowicz. Was ich dort erlebt habe, das seht ihr jetzt. Hallo aus Klinowicz. Wir sind hier in Tschechien und checken heute mal für euch den Trailpark. Es gibt hier drei Trails. Den blauen Azur, den roten Rubin und den schwarzen Baron. Ich werde die alle drei für euch testen und nehme euch dabei mit. Also, los geht's! Los geht's! Get out of the let's go. Lieber, let's go! L�ga, weinen. All I want and I pray. All I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror So fucky, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, There's no risk if you don't try at anything, So I'ma just keep buying everything See you in the next life, You have to be a better me. Der blaue Trail Azur ist sehr flach und wirklich für jeden fahrbar. Er hat viele sehr flowige Anlieger und leichte Kurven. Es gibt im Grunde noch keine Hindernisse oder Schwierigkeiten. Hier gestaltet die Geschwindigkeit den Schwierigkeitsgrad. Der rote Rubin ist etwas steiler und bietet einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad. Es gibt ein paar mehr Sprünge, ein paar mehr Steine, ein paar mehr Wurzeln. Allerdings auch für jeden fahrbar. Er ist auch wirklich mega cool. Und mein Geheimtipp. Also jeder Trail endet am Lift. Das heißt, man kann ganz bequem damit hochfahren. Das kann man mit dem Rad. Der Appel ist hart erarbeitet. Wie findet ihr den Appel? Ihr könnt natürlich auch den Lift nehmen. Für 8,50 Euro gehört das Tagesticket euch. Aber wir müssen natürlich auch ein paar Höhlenmeter in die Beine kriegen. Training und so. Der Chef hat mich gerade korrigiert. Eine Fahrt kostet 8,50 Euro. Also solltet ihr es schon überlegen, ob ihr vielleicht doch lieber hochstrampeln. Der schwarze Trail Baron ist noch mal etwas steiler als der rote. Er hat mehr Schwierigkeiten wie Steinfelder, Wurzeln, Drops. Allerdings regelt auch hier die Geschwindigkeit den Schwierigkeitsgrad. Man hängt definitiv mehr an der Bremse und muss sich stärker auf die Gegebenheiten anpassen. Ich finde ihn aber auch wirklich sehr, sehr gut. Und er hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und nun die große Frage. Blau, rot oder schwarz? Ich habe den Trail Park Klinovitz für euch gecheckt und ich muss sagen, dass ich gar keine Worte habe. Also wie viel Flow in einen Trail geht, das müsst ihr euch einfach selber angucken. Das ist der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Mein persönlicher Favorit ist der rote, der Rubin, weil der hat einfach alles, was sein Trail braucht. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Das ist der verdad? Das ist so! 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 Das heißt, wer kann ich sagen, sie machen, sie kennen. Red, den blauen Musine. Falsch! Das ist so! Bis zum nächsten Mal.